Der Traumstein Hier ist das Land der Albträume. Das ist da, wo wir uns jetzt im Augenblick befinden. Keiner wird euch sehen und so werdet ihr mir den Traumstein besorgen. Erklärt es Ihnen, Uppgur. Und jetzt geht's. Hier ist das sogenannte Land der Träume. Das ist da, wo wir hinwollen. Da der Traumstein in meinen Händen sicher ist, gibt es für alle schöne Träume. Und das schaubige Zeug hier ist uns wohl bekannt als undurchdringbarer Nebel von Limbo. Wollen wir nicht lieber nach Hause fliegen? Nagi ist schon ganz cool im Gesicht. Und wie? Nach Hause? Zu Mami? Ich hör wohl nicht richtig. Falls wir leben durch den undurchdringlichen Nebel von Limbo gelangen, werden an jeder Ecke Gefahren auf uns lauern. In den Händen. In den Händen.